Yo, ich bin jetzt hier bei der Dreamhack endlich angekommen. Ich bin gestern in Leipzig angereist und heute geht's los. Drei Tage Dreamhack. Ich bin mega hyped. Ich will jetzt einfach nur rein, schauen, was es so gibt, was wir nicht treffen werden. Es gibt eine ganz große Streaming-Area und ich will rein. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch ein bisschen was, ein bisschen Highlights, meine Highlights. Und wir sehen uns dann immer zwischendurch. Also haut rein, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin hier gerade in Leipzig. Ich bin hier im Hansen-Glück und wir haben Essen bekommen. Das muss ich euch zeigen. Geil sieht das aber nicht so aus. Das ist meine Pommes. Der zweite Takt Remake ist heute am Start. Ich bin gespannt. Gestern war es nicht so voll, aber heute, also du kommst die Rolltreppen hoch und es ist einfach schon so todeswarm. Das heißt, es wird wahrscheinlich so todesvoll sein. Ich bin jetzt gerade noch in diesem Eingangsbereich. Aber wir gehen jetzt rein und ich glaube, es wird richtig voll. Bremskool 2018. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn mit dir? Oh, du bist so ein Spielverderber, ich hab schon keine Lust mehr. Weißt du, dann geh doch gleich nach Hause. Es ist Spaß und es geht nicht. Spaß und es geht nicht. Spaß und es geht nicht. Ich hatte die Idee. Wir werden von großen Geschichten. Dann wartet einfach nicht so. Aber schnell. Genau. Du musst mir einfach folgen. Wir fangen von da hinten an. Juk, du bist so weit. Weiter, 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 weiter. Oh, sehr gut. Sehr gut. Hör mal kurz. Kann man noch besser? Krass. Ja, danke. Cool, danke! Bam School 2018 I'm out of here! Wie lange ist das denn? Ich muss jetzt was erzählen. Wie erklären wir dir die Chance? Ich habe immer noch eine neue Nummer. Aber stehst du? Weil dann immer einer da in den Note. Ich habe noch einen Note. Das war es jetzt noch nicht komplett. Ich mache mein Saison mit dem Note an. Und du feierst hier richtig einen Tag. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, weißt du? Stamm so. Stammst du dir gefallen? Du helfst mir. Dir verarscht mich einfach alle. Aber Leute, denk dran, ne? Noch eins ab 10.000. Eins ab noch, dann haben wir die 1.000 Voll. Ich mache hier gar keine Party. Ich mache hier gar keine Party. Richtig geil. Wir haben mich total getrollt hier. Die haben gesagt, wir brauchen noch einen für 1.000. Und dann haben wir die Chance voll gemacht. Dann habe ich vor dem Party gemacht. Und dann haben die mir gesagt, das war doch gar nicht. Das haben wir einen Schauschen voll gemacht haben. Das ist voll verarscht. Die 3 Tage Dream Act waren richtig geil. Vor allen Dingen, ich habe endlich mein Twitch-Kissen. Voll geil. Ich bin einfach nur total fertig jetzt. Ich bin nur noch nach Hause. Ich habe jetzt noch 6 Stunden Fahrt vor mir. Voll der Mist. Aber es war wirklich richtig, richtig geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also ich habe halt ein bisschen Eindrücke gemacht. Ich wollte allerdings zu viel filmen. Wisst ihr, weil man wird es ja auch genießen. Man will mit der Community die Zeit verbringen. Aber ich hoffe, euch haben meine Eindrücke gefallen. Und euch hat das Video gefallen. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich muss zurück nach Hause fahren. Schön was futtern. Ich will mir noch was gönnen. Und dann geht's Abfahrt nach Hause. Also haut rein. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.